Hey Leute, Hedge, willkommen auf meinem Channel, heute mit einem neuen Video. In dem heutigen Video sprechen wir über mehrere News, die die letzten Tage die Runde gemacht haben bezüglich Ripple und der SEC-Klage. Was ist da im Busch? Lasst uns heute mal darüber schauen, was sich da alles so getan hat. Falls ihr daran Interesse habt, dann bleibt gerne dran und zieht euch das Video bis zum Ende durch. Wir machen natürlich wie immer nach dem Intro weiter. Da sind wir wieder und wir beginnen direkt mit der ersten Nachricht. Mal schauen, was da heute dabei ist. Ripple-Chefanwalt und XRP-Community unterstützen Kritik von SEC-Kommissarin. Stuart Alderotti, Leiter der Rechtsabteilung von Ripple Labs und die Community haben auf X ihre Unterstützung für die Haltung der SEC-Kommissarin Hester Peirce im Library-Prozess gezeigt. Alderotti dankte Peirce und schlug vor, in ähnlichen Fällen von den Standardprotokollen abzuweichen und Bedenken lautstark vorzubringen. Möglicherweise durch die Einreichung eines Amicus-Schreibens. Am 27. Oktober äußerte Peirce Bedenken bezüglich des Verfahrens der SEC gegen Library und betonte, dass die Klage sie besonders beunruhigt habe. Im Juli stellte man letztendlich fest, dass Library gegen das US-Wertpapiergesetz verstoßen hatte, wodurch sie sich von Kryptodienstleistungen zurückziehen mussten. Die Kryptoplattform versuchte zuerst gegen das Urteil der SEC vorzugehen, gab diesen Versuch aber später auf und entschied sich, die Plattform endgültig zu schließen. Der Krypto-Anwalt Johnny Deaton schlug vor, einen Amicus-Brief einzureichen und betonte die Bedeutung von Insiderwissen vor Gericht. Deaton hatte sein Missfallen über das Vorgehen der SEC gegen das Unternehmen geäußert, da dies zu finanziellen Problemen führte. Dass wir das auch noch miterleben können. In diesem Fall ist es so, dass Ripple sogar SECs Aussagen unterstützt und auch schön zu sehen. Ich würde mal sagen, Public Relation, Arbeit für die Öffentlichkeit, tut auch gut und ist nicht mehr als Werbung, meines Erachtens nach. Schauen wir uns die nächste Nachricht an. Ripple-CEO Brad Garlinghouse. Scharfe Kritik an SEC. Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, hat Jay Clayton, den ehemaligen Vorsitzenden der US-amerikanischen Börsenaufsicht, SEC, scharf kritisiert. Die jüngsten Äußerungen von Clayton zur Vorgehensweise der SEC haben Garlinghouse stark verärgert. Seit dem CNBC-Interview im Juni haben Claytons Äußerungen in der Krypto-Gemeinschaft viel Aufmerksamkeit erregt, insbesondere da Ripple Labs den Rechtsstreit teilweise für sich entscheiden konnte. Viel mehr oder weniger, sagen wir, sie haben sogar gewonnen. Und die Anklage bezüglich des Verkaufs von Wertpapieren fallen gelassen wurde. Ripple wirft Clayton Heuschelei vor. In einem Interview im Juni mit CNBC schlug Clayton vor, dass die SEC nur Fälle verfolgen sollte, die vor Gericht bestehen könnten. Diese Aussage brachte Garlinghouse auf die Palme. Er kritisierte Claytons Heuschelei scharf und betonte, dass gerade Clayton die Klage der SEC gegen Ripple im Jahr 2020 eingereicht hatte. In einem Kommentar auf X zu Claytons CNBC-Interview sagte er, Der Anblick dieses Clips bringt mein Blut in Wallung. Die Heuschelei ist schockierend. Zur Erinnerung, Jay Clayton hat den Fall gegen Ripple Misch und Chris Larson eingeleitet. Auch der Anwalt Johnny Deaton schloss sich der Kritik an Clayton an. Laut Deaton ist Clayton dafür verantwortlich, dass das Management selbst angeklagt wurde. Er betonte, Clayton klagt gerne gegen Führungspersonen, da dies die Dynamik des Prozesses verändert. Es ist eine Einschüchterungstaktik. Ganz klare und feste Aussagen und auch Unterstellungen bzw. Vorwürfe, die man der SEC unterstellt, macht Ausübung nicht mehr und nicht weniger. Schauen wir uns jedoch die nächste Nachricht an. Ripple Labs und das Team der Fubon Bank in Hongkong bieten einheimischen Zugang zu Immobilienkapital. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ripple Labs und die Fubon Bank arbeiten in einem Pilotprojekt zusammen, um Bewohnern in Hongkong Zugang zu Immobilienkapital zu ermöglichen. Dabei wird XRP in das EHKD-Pilotprojekt integriert. Ziel ist es, die Abwicklung tokenisierter Vermögenswerte zu demonstrieren. Die Partner nutzen moderne Technologie, um den Bürgern eine Home Equity Line of Credit anzubieten, kurz auch HELOC genannt, und der steigenden Nachfrage nach tokenisierten Immobilienkapital gerecht zu werden. Hextrust, Stratford Finance, CodeLab, BCV und Toko neben ebenfalls am Helo-Pilotprojekt teil. Der EHKD, die digitale Währung der Zentralbank Hongkongs, CBDC in dem Fall, wurde eingeführt, um Zahlungen schneller und kostengünstiger abzuwickeln. Die Integration von EHKD in die HELOC-Einrichtung bietet den Benutzern eine optimierte Online-Plattform, schnellere Kreditgenehmigungen und jederzeitigen Zugriff auf Immobilienkapital. Durch End-to-End-Kryptographie verbessert die Lösung die Effizienz, ermöglicht gleichzeitig Echtzeitberichte und beseitigt auch manuelle Prozesse. Kunden erhalten über die Anwendung der Bank einen simulierten Zugriff auf die HELOC-Funktion, wobei automatisch ein EHKD-Wallet erstellt wird und den Kunden eine tokenisierte Version der Immobilie zugewiesen wird. Das Pilotprojekt bietet auch eine flexible Mittelabhebung, die es Kunden ermöglicht, rund um die Uhr die Kontrolle über EHKD-Gelder zu erlangen. Ripple Labs plant die Anwendungsfälle des HELOC-Pilotprojekts basierend auf den Ergebnissen zu erweitern. Mögliche Entwicklungen umfassen die vollständige Tokenisierung von Eigentumsurkunden, die Ausweitung des Pilotprojekts auf breitere Kreditmärkte und die Prüfung internationaler Anwendungen. Ein weiterer Anwendungsfall, wo Ripple eine große Rolle spielt und sehr sehr interessant, dass die sich auch in diesem Markt begeben und dort versuchen Fuß zu fassen. Das ist auf jeden Fall nice und gut für die Zukunft von Ripple. Schauen wir uns jedoch die nächste Nachricht an. Was gibt es da noch interessantes? Ripple News, die erste Sidechain des XRP-Lagers ist da. Wird hört. Eine große Ripple-Neuigkeit ist die Produktion von Mainnet-Blocken im Xahao-Network. Dies ist die lang ersehnte erste programmierbare Sidechain im XRP-Lager-Ökosystem. Der Start des Xahao-Network Mainnet markiert einen bedeutenden Meilenstein für die XRP-Lager-Gemeinschaft, da es die volle Funktionalität von Smart Contracts ermöglicht. Das Xahao-Network wurde am 31. Oktober 2023 um 16 Uhr deutscher Zeit gestartet. Nach über zwei Jahren intensiver Entwicklung, Screenshot, den ihr hier im Hintergrund seht, zeigt, dass die Mainnet-Client-Software 15 aktive Validierer hat, 20 Peers, die bereits mit der Blockchain verbunden sind. Nicht nur nachrichtentechnisch bezüglich Adaptionen überrascht uns Ripple, auch hier technologische Entwicklungen, die auf jeden Fall eine richtige und wichtige Rolle hier spielen. Gehen wir auf die nächste Nachricht ein und schauen uns, was da noch alles dabei ist. Die Prognose des Jahres. Ripple auf 4.800 Dollar. XRP überholt Ethereum. Wer steckt dahinter? In diesem Bericht zeigen wir euch drei Preisprognosen bezüglich XRP und dabei sind auch Prognosen, die gar nicht von dieser Welt sind und, glaube ich, zu weit hergegriffen sind. Aber zu jeder Preisprognose wird auch ein Grund genannt, weshalb es diese Preise erreichen kann. Und wir reden hier von mehreren Tausenden und das pro XRP. Was steckt dahinter? Lasst uns schauen, welche Preisprognosen hier genannt werden und die Gründe, weshalb man auf solche Preisprognosen kommt. Die Beteiligungsgesellschaft Wall Hill Capital hat in einer aktuellen Studie eine Neubewertung von Ripples XRP vorgenommen, die die bisherigen Modelle auf den Kopf stellt. Die Studie präsentiert sechs verschiedene Prognosemodelle für XRP, von denen jedes einzelne bemerkenswerte Ergebnisse liefert. Gemäß der Ripple-Prognose könnte der Wert des Assets zwischen 9,81 Dollar und sogar 513.000 US-Dollar explodieren. Wisst ihr das gehört? 513.000 US-Dollar. Also ich meine ja, 9 Dollar ist ja schon krass, aber 513.000 US-Dollar? Naja, bei einem derzeitigen Investment wäre man laut diesem Bericht natürlich mit einem Invest von 1,20 Dollar halt ein Millionär. Vorausgesetzt der Coin erreicht natürlich die tatsächliche Marke von 513.000 US-Dollar. Doch wie genau gelangen die Forscher zu dieser bemerkenswerten Prognosen? Das ist die Frage aller Fragen, die sich mir hier jetzt auch wirklich stellt. Lasst uns mal weiter auf den Bericht eingehen und gucken, was das für eine Prognose ist. Die erste Prognose geht von 3.541 Dollar aus, was einer Kurssteigerung von 590.000 Prozent entspricht. Die Studie unterstreicht die Möglichkeit eines Booms, der zu einer Verschiebung des Devisenvolumens Gen XRP Ledger führen könnte. Dabei betrachtet die Prognose XRP Ledger als ein sich entwickelndes und anpassungsfähiges Ökosystem, das mit den entsprechenden Folgen für den Kurs einhergeht. Das zweite, noch optimistischere Prognosemodell skizziert, wie XRP für grenzüberschreitende Zahlungen und Devisentransaktionen genutzt werden könnte. Bis 2030 könnte XRP gemäß dieser Prognose bei 10 Dollar der weltweiten Transaktionen eingesetzt werden, während gleichzeitig die Nachfrage nach Wertaufbewahrungsmitteln steigt und den XRP-Preis auf 4.813 US-Dollar treibt, was einem Gewinn von 802.000 Prozent entspricht. Reicht ja nicht schon allein die erste Prognose aus, die zweite ist noch härter und die dritte legt noch einen drauf. Die dritte Prognose sieht XRP langfristig als potenziellen Gewinner auf dem Kryptomarkt. Gemäß des 99-Year-Golden-Eagle-Modells könnte XRP im Verlauf der nächsten 100 Jahre unglaubliche 13.386 US-Dollar erreichen. Dies würde allerdings voraussetzen, dass XRP als Zahlungsmittel etabliert wird und ausschließlich für Transaktionen genutzt wird, anstatt für spekulative Investitionen oder als Wertaufbewahrungsmittel. Also bis wir zu dem Preis von der dritten Prognose kommen, dauert es noch 100 Jahre, brauche ich nicht unbedingt. So lange werde ich wahrscheinlich auch nicht warten. Wenn der Preis zu der ersten Prognose angelangt, ja und wir reden davon mehr als 3000 Dollar, reicht mir schon aus in diesem Leben, mehr will ich gar nicht. Was hält ihr von solchen Preisprognosen? Hält ihr sowas für realistisch? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und gehen wir auf die letzte Nachricht bezüglich Ripple ein. Der Chief Legal Officer von Ripple Labs weist auf regulatorische Fehltritte der SEC hin. Schauen wir uns mal an und zoomen näher ran und gucken, was der Bericht mit sich bringt. Inmitten regulatorischer Unruhen bei Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC hat das Berufungsgericht des 5. Bezirks die SEC wegen Verletzung des Verwaltungsverfahrensgesetzes verurteilt. Die SEC müsste mehrere Rückschläge einstecken, darunter den Verlust ihrer Durchsetzungsmaßnahmen gegen Ripple. Die Entscheidungen von Richterin Annalisa Torres im Fall Ripple führte zur Einstellung der Anklage gegen Ripple-Führungskräfte. Gleichzeitig brachte der Fall des Bitcoin-Trusts von Grayscale einen Funken-Optimismus, da das Gericht eine Überprüfung des abgelehnten Antrags durch die SEC genehmigte, was die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETF ermöglichen könnte. Das Government Accountability Office, kurz auch GAO genannt, rügte die SEC aufgrund des doppelten Zählens von Kryptoassets gemäß dem Staff Accounting Bulletin SAB Nr. 121. Dies spiegelte die Spannungen zwischen der Kryptoindustrie und dem Regulierungsrahmen wider, wobei die jüngsten Entwicklungen das fragile Gleichgewicht zwischen Innovation und Anlegerschutz verdeutlichte. Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Exchange seid, dann kann ich euch Pionix empfehlen. Neben den ganz normalen Future-Trades und Spot-Trading habt ihr auch einen Trading-Bot, der euch das Trading erleichtert, was eine Möglichkeit für die Leute sind, die keine Ahnung vom Trading haben, aber es doch gerne mal versuchen wollen. Und hier habt ihr halt die Möglichkeit, mit einem Trading-Bot zu starten. Natürlich ist das keine Garantie dafür, dass ihr Gewinne absahnt, aber es besteht die Möglichkeit, hier und da ein paar Prozente mitzunehmen durch den Trading-Bot. Natürlich sollte man hier vorsichtig sein und wie ich es immer sage, nicht mit Hab und Gut den Trading-Bot benutzen. Ihr könnt euch ja gerne erstmal ganz langsam rantasten und schauen, ob es was für euch ist mit dem Trading-Bot halt. Und ob es wirklich sinnvoll ist, damit zu handeln. Was mir hier gefällt ist, dass ihr hier einen leichten Einstieg haben könnt, weil es einfach zu bedienen ist und es übersichtlich ist, wie man halt seine Trades durchführt. Wir können uns auch mal einige Kryptos anschauen, die hier zur Verfügung stehen. Hier haben wir zum Beispiel Big Time, was in den letzten Tagen sehr starke Prozentigen Plus gemacht hat. Der ist stark angestiegen von 0,01 Cent auf 23 Cent. Also auch neue Kryptowährungen findet ihr hier. Dann habt ihr PepeCoin. Naja, okay, Pepe ist dann halt jedem selbst überlassen, ob der was davon hält. Aber ihr habt die üblichen Coins oder Tokens, die man halt überall bekommt. Und auf jeden Fall gibt es hier die Möglichkeit, sehr früh bei neuen Projekten, die neu gelauncht werden, einzusteigen, weil PepeCoinx diese recht zügig und zackig auf jeden Fall auf der PepeCoinx Exchange den Trader Investoren zur Verfügung stellt. Also falls ihr auf der Suche nach einer neuen Exchange seid, dann besteht hier eine Möglichkeit. Schaut da gerne vorbei und registriert euch über meinen Registrierungslink in der Beschreibung. Kurz und knapp zusammengefasst wollen die hier einfach nur sagen, dass die SEC in allen Hinsichten verkackt haben. Das wollen die mit diesem Bericht sagen. Ja, Freunde, das war auch die letzte Nachricht zu Ripple und XRP und alles, was den Fall angeht und noch sonstige Themen wie technologische Fortschritte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem doch so sei, dann lässt doch gerne ein Like da und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von den neuesten News hält. Was sagt ihr über die Preisprognosen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Seht ihr das für möglich, dass Ripple bzw. XRP solche Preise erreichen kann? Das würde ich gerne von euch wissen. Freunde, das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.